Ja, ich hoffe, ich schaue frisch aus, aber ich glaube, sagt mal, schaue ich frisch aus? Ich schaue frisch aus. Ohne Kippen in den Kopf, ist immer ehrlich, das ist das Problem. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Münchnerinnen und Münchner, ich habe einen Wunsch und eine Bitte, dass wir als Stadt am 26.09. zeigen, wie fortschrittlich wir sind, wie ernst wir es meinen mit dem Klimaschutz und sozialer Gerechtigkeit. Und deswegen, nehmt eure Oma in den Arm, eure Schwester, eure Bruder, eure Schwiegermutter, auch die Katze, auch wenn sie nicht wählen kann. Geht zur Wahl und sorgt dafür, dass mit der Zweitstimme Bündnis 90 die Grünen gestärkt werden. Aber ich sage euch was, was wir hier schaffen können, und vielleicht will der ein oder andere ja auch der CSU ein wenig wehtun, das Schlimmste, was passieren kann aus der konservativen Sicht ist, wenn wir hier vier grüne Klimaschutz-Direktmandate in München holen. Und dafür kämpfen wir. Mit meinem Wahlkampf-Team, wir haben, glaube ich, jetzt, ich komme gar nicht mehr mit, 200 Infostände, 20.000 Haustüren, 1.000 Einzelgespräche. Heute hatte ich ein Gespräch mit einem Bürger, manchmal ist es auch skurril, der sagte zu mir, ich will mit der Zweitstimme CSU, da war ich erst enttäuscht, und dann hat er gesagt, aber mit der Erststimme Sie. Dann habe ich gesagt, okay, das nehme ich mit. Schauen Sie, jetzt wird ja, liebe Gott, schon böse. Was ich sagen will, ist, wir kämpfen jetzt wirklich um jede Stimme, und der Münchner Westen schaut so aus, dass nach den letzten Prognosen wir genau ein Prozent vor der CSU liegen. Also es kommt wirklich darauf an, jetzt auch durchzuziehen. Wir werden das machen, und wir werden am Sonntag gewählen, und dann werden wir stolz sein, was wir geleistet haben in diesem Wahlkampf. Und ich freue mich dann, am 27. falle ich dann in ein Loch wahrscheinlich, weil ich dann eigentlich Haustürwahlkampf machen möchte. Aber dann fahren wir nach Berlin, genau, und versuchen dann zu regieren mit einer gescheiten Konstellation. Vielen Dank euch, und ja, bis bald. Ich bin mir ein bisschen unsicher, über welches Mikrochen spreche ich. Die Europapolitikerin, sie steht für eine menschliche Migrationspolitik, zum Beispiel auch im Rahmen der Kampagne Leave No One Behind. Jamila, bitte stell dich kurz vor. Ja, hallo ihr Lieben. Okay, jetzt klappt's, super. Ja, schön, dass ihr alle hier seid. Wir Politikerinnen und Politiker sagen ja immer so gerne, diese Wahl ist eine Richtungswahl. Aber ich kann euch sagen, diesmal haben wir damit... Schade. Also es ist wirklich die Richtungswahl, auch wenn das Mikro mich hier stumm schalten möchte, ist es wirklich diesmal so richtig wie noch nie zuvor wahrscheinlich. Denn in der nächsten Legislaturperiode wird sich entscheiden, ob wir die Klimakrise noch kontrollierbar halten können. Noch? Kontrollierbar halten? Ob wir die Klimakrise noch kontrollierbar halten können. Wir haben in dem letzten Bericht des Weltklimarates, also in dem letzten IPCC-Bericht, ja gesehen, dass die Klimakrise so schnell voranschreitet, wie sie es noch nie zuvor getan hat. Und dass wir aber das Ruder noch rumreißen können. Und genau das ist unsere Aufgabe. Und ich habe mit vielen Bürgerinnen und Bürgern natürlich auch in diesem Wahlkampf gesprochen. Viele unterstützen uns auf diesem Weg, aber es gibt natürlich auch immer diejenigen, die das Gefühl haben, dass wir Grünen uns den Klimaschutz und auch die Klimakrise vor allem nur ausgedacht haben, um die Leute irgendwie zu drangsalieren. Aber es ist eigentlich genau umgekehrt. Wir sind eben diejenigen, die die unbequeme Wahrheit auch aussprechen und nicht immer neue Ausreden dafür finden, für ihre eigene Antwort und Verantwortungslosigkeit, sondern die konkrete Maßnahmen entwickeln, wie wir endlich aus dieser Krise rauskommen. Und ehrlich gesagt ist das doch genau die Verantwortung, die Politikerinnen und Politiker haben, nicht Ausreden für das eigene Versagen zu finden, sondern endlich die Probleme der Zukunft anzupacken. Und es ist doch auch so, niemand von uns, ganz egal, ob er grün wählt oder was anderes, will doch mit dem alltäglichen Verhalten unsere eigenen Lebensgrundlagen zu zerstören oder Menschenrechten schaden oder Kinderarbeit befördern. Ja, aber dann ist es doch verdammt nochmal die Aufgabe von Politik, menschenrechtskonformes und ökologisches Verhalten einfacher und vor allem auch günstiger zu machen. Das ist die Aufgabe, die Politik in diesen Zeiten hat. Und wir drücken uns nicht vor dieser Aufgabe, sondern wir nehmen sie mit euch gemeinsam wahr. Und dafür brauchen wir euer aller Unterstützung. Die Umwelt braucht uns nicht, aber wir brauchen sie. Und deshalb ist Klimaschutz ein Dienst an der sozialen Gerechtigkeit und ein Dienst an der Freiheit von uns hier, wie wir hier sind und der zukünftigen Generationen. Und deshalb ist kein Klimaschutz genau das Gegenteil davon, nämlich das Verhindern von sozialer Gerechtigkeit und das Verhindern von Freiheit jetzt und in der Zukunft. Wir haben schon längst mit den Pariser Klimazielen, mit den Menschenrechten und mit den nachhaltigen Entwicklungszielen alle Maßnahmen parat, um unser Zusammenleben und unsere Welt endlich nach humanistischen Standards einzurichten. Also lasst uns doch gemeinsam loslegen. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Jamila Schäfer. Vielen Dank. Vielen Dank. Und gleich im Anschluss freuen wir uns auf Doris Wagner. Sie war schon mal im Bundestag als Verteidigungspolitikerin. Komm gerne zu uns, Doris, und stell dich kurz vor. Doris kandidiert im Münchner Norden. Sie steht ganz eindeutig für Feminismus und für die Chancengleichheit aller Generationen. Vielen Dank. Vielen Dank. Mit der Technik müssen wir noch üben. Mein Name ist Doris Wagner. Ich kandidiere im Münchner Norden für die Grünen und auch bei uns. Und auch bei uns. Das ist denkbar knapp. Deswegen, auch wir haben schon an über 20.000 Türen geklingelt. Wir sind jeden Tag unterwegs. Und auch bei uns tatsächlich nur ein gutes halbes Prozent fehlt noch zum Direktmandat. Deswegen, also ich kann euch sagen, bis zur letzten Sekunde werde ich da stehen. Werde mit euch, mit allen Reden, die wir freuen, und die will ich gerne hören. Auf meinem Wahlplakat steht Schützen, was uns erhält. Das ist natürlich in allererster Linie mal das Klima. Wir haben keinen Planeten B. Wir müssen jetzt handeln, um unsere Lebensgrundlagen zu schützen. Aber schützen, was uns erhält, bedeutet für mich auch sozialen Zusammenhalt. Eva hat es gesagt. Wir müssen den sozialen Zusammenhalt stärken. Wir müssen ihn wirklich stärken und da, wo er verloren gegangen ist, auch wieder herstellen. Und bei aller notwendigen Eigenverantwortung müssen wir als solidarische Gemeinschaft die Menschen auffangen, die in eine Krise geraten. Ich mache Politik, weil ich will, dass niemand, zu gar keiner Zeit im Leben durchs Rafter fällt. Und dafür tragen wir Verantwortung. Ein alter Mensch kann sich einfach mal eben so seine Biografie neu erfinden. Und dafür brauchen wir eine Garantierente, damit auch ein alter Mensch in Würde altern kann. Und damit auch eine neue Brille drin ist. Und damit auch mal der Ausflug ins Café mit der besten Freundin drin ist. Auch das ist Lebensqualität. Und liebe Leute, auch in der Lebensmitte kann uns eine Krise treffen. Und zack, können wir unsere Wohnung nicht mehr bezahlen. Gerade in einer Stadt wie München. Und deswegen wollen wir einen Krisenfonds für drohenden Wohnungsverlust. Ein sicherer Wohnenprogramm. Und ich sag euch eins. Mein SPD-Wettbewerber, der meint ja, dass wenn man in München ein Haus besitzt, man nicht wohlhabend ist. Ich sag euch auch, da bin ich ganz anderer Meinung. Und ich glaube mit mir auch der Kassierer, die Kassiererin, die Pflegerin, all die Menschen mit einem kleinen Gehalt, weil man ist wirklich wohlhabend. Und deswegen mache ich auch Politik für Menschen, die in München kein Haus besitzen. Und schließlich will ich auch, genau wie Eva es gesagt hat, dass kein Kind bei uns durchs Raster fällt. Ich will auch eine Kindergrundsicherung, aber ich möchte noch sehr viel mehr, oder fast genauso viel, ist mir ein Herzensanliegen, mit meiner persönlichen Biografie. Ich hätte gerne die Grundsicherung für Auszubildende und Studierende. Weil sie bedeutet, es ist absolut notwendig. Sie dürfen die Potenziale nicht verschenken und jeder junge Mensch muss studieren können und eine Ausbildung machen können, unabhängig vom Gehalt der Eltern. Und zwar in dem Fach, das er oder sie gewählt hat. Gut, die Politik zu machen, heißt für mich, Verantwortung zu übernehmen. Für meine Umwelt, für meine Mitmenschen, für eine enkeltaugliche Zukunft und für ein gutes Leben jetzt. Dafür bin ich bereit. Wir sind bereit, weil ihr alles auch seid. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Doris Wagner. Nord, Süd, West, jetzt folgt der Osten. Ich bitte zu uns auf die Bühne, Vanessa Rashid aus dem Münchner Osten. Sie ist leidenschaftliche Integrationspolitikerin und setzt sich für allen, für die Kinder und Jugendlichen ein. Bitte stell auch du dich kurz vor. Vielen, vielen Dank. Okay, wir haben noch erste Startschwierigkeiten. Vielen, vielen Dank, Eva. Ich wiederhole noch mal meinen Namen, denn es scheint auch meinen ganzen Parteikolleginnen immer, wie geht es? So, ah, hallo. Auch an von mir ein herzliches Hallo und schön, dass ihr alle da seid. Ich stelle mich jetzt einfach nur noch mal kurz vor, denn mein Name scheint immer noch bei langjährigen Parteikolleginnen immer noch ein Problem zu sein. Ich heiße Vanessa Rashid und bin gebürtige Kurdin aus dem Nordirak. Als Dreijährige nach Deutschland geflüchtet, mit sechs Jahren sind wir hier angekommen und seitdem durfte ich in der schönsten Stadt der Welt aufwachsen. Ich erwähne das deshalb, weil Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist. Ich weiß als Kurdin zu schätzen, was ich als Deutsche jeden Tag leben darf. Und das ist wirklich ehrliche Demokratie, dass ich wählen gehen kann. Und zwar geheime, unmittelbare und direkte Wahlen. Und das ist eine Errungenschaft, die sollten wir uns nicht nehmen lassen. Daher sollten wir auch unsere Stimme erheben. Und zwar für eine klimagerechte Zukunft, für mehr Sozialgerechtigkeit, spricht da jemand noch nebenher. Hallo ihr Lieben, man hört euch trotzdem, man hört euch da hinten, wenn ihr redet, mit mir. Oh, das mit der Technik üben wir tatsächlich noch einfach mal. So, ich war die letzten Wochen tagtäglich draußen, auf der Straße, bei den ganzen Terminen, immer wieder mit den Menschen gesprochen. Wir haben eine Wirtschaftstour gemacht, eine Kneipentour, kommt jetzt auch noch mal, eine Biergartentour. Und vor allem immer in den Gesprächen gemerkt, es geht um die Menschen. Sie möchten, dass man ihnen zuhört und wir Politikerinnen haben doch verdammt noch mal diese Aufgabe. Wir sollten den Menschen zuhören, denn wir haben die Weisheit nicht mit den Löffeln gefressen. Denn es geht doch darum, was die Menschen vor Ort brauchen, was der Lebensalltag von allen ist. Und nicht fernab, jegliche Realität, Politik zu gestalten, weil wir so viel toller sind. Ich habe auch immer wieder gemerkt, ich wohne selber in Neuperlach, das ist der Stadtteil mit dem größten Rationsanteil. Und als Kurdin weiß ich auch, dass diese Menschen nicht apolitisch sind, aber sie fühlen sich nicht vertreten. Und daher brauchen wir auch bei 25% der Bürgerinnen mit Migrationsgeschichte hier in Deutschland viel, viel mehr Vertretungen im Deutschen Bundestag, denn der ist einfach viel zu gering mit 8% der Abgeordneten. Und falls euch all das noch bis jetzt und von meinen Vorrednerinnen nicht gereicht hat als Überzeugung, ein kleines Zuckerle habe ich noch. Jedes Direktmandat, das die CSU in Bayern nicht holt, das erspart den Steuerzahlerinnen bis zu 24 Abgeordnete, ihr Lieben. Daher sollten wir doch um jede Erststimme kämpfen und machen es den Schwaben gleich. Sparen an der richtigen Stelle. Vielen, vielen Dank, ihr vier für diese Power für München. Wir drücken euch vier allen die Daumen und wir sind uns sicher, dass vier MünchnerInnen München im nächsten Bundestag vertreten werden. Vier mit den Direktmandaten. Genau, wir begrüßen nämlich auch jetzt unter uns unter anderem noch die Margarete Bause. Margarete, schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank für dein gearbeitet Volk. Und jetzt ist Zeit nochmal so ein bisschen abzugrooven, wir freuen uns auf einige Stücke der Donnerbalken. Herzlichen Dank, dass auch ihr für uns spielt. Viel, viel Spaß mit Donnerbalken.